Neue Studiengänge, ein neuer Name und ein neuer Campus. Gefühlt ist vieles im Wandel an der FH Burgenland. Wobei, so heißen wir künftig ja eigentlich gar nicht mehr durch das neue Fachhochschulgesetz. Ich glaube, so viel können wir schon verraten, oder? Man kann so viel verraten, dass jetzt in wenigen Wochen das Gesetz in Kraft tritt und erstmals nach 30 Jahren des Fachhochschulsektors die Möglichkeit geschaffen ist, sich zu entscheiden, möchte die Hochschule weiterhin Fachhochschule heißen oder Hochschule für angewandte Wissenschaften. Wir haben natürlich gesehen, dass das neue Möglichkeiten eröffnet. Wir denken sehr intensiv darüber nach, arbeiten auch an verschiedenen Varianten. Es ist aber noch nicht entschieden. Ich denke, dass es im Herbst 2024 soweit sein wird. Warum überlegt man da überhaupt? Warum etwas verändern, was immer schon gut funktioniert hat? Was ist da deine Meinung dazu? Also wirklich sehr erfreulich ist, dass sich die Marke Fachhochschulen in den 30 Jahren, seit es die Fachhochschulen in Österreich gibt, wirklich zu einer sehr, sehr starken Marke entwickelt hat, dass junge Menschen wissen, wenn sie an einer Fachhochschule studieren, dann haben sie hervorragende Berufsaussichten, sie haben angewandtes Wissen, sie haben viele Vorteile. Das macht tatsächlich die Stärke aus. Aber gleichzeitig muss man halt auch sehen, dass Fachhochschulen sich in 30 Jahren auch weiterentwickelt haben. Auf jeden Fall. Dass ein Begriff von vor 30 Jahren heute die Fachhochschulen ein viel, viel breiteres, inhaltliches, wissenschaftliches Angebot anbieten und insbesondere auch im Forschungsbereich total zugelegt haben. Daher ist die Bezeichnung Hochschule für angewandte Wissenschaften viel, viel zutreffender als nur Fachhochschulen allein. Und nicht zuletzt ziehen wir mit der deutschen Sprache nach, was im Englischen ohnehin state of the art ist. Man sagte zu Fachhochschulen University of Applied Sciences, also das wäre nur die Rückübersetzung ins Deutsche. Und was würde diese Namensänderung für unsere Studierenden oder unsere Alumni bedeuten? Was dürfen die sich jetzt erwarten? Ist es jetzt gut oder schlecht, dass da jetzt ein neuer Begriff kommt? Ich denke, es ist gut. Einerseits, weil es international üblicher ist und das Berufsleben oder auch Weiterstudieren ja heute zumindest im europäischen Raum fast Alltag ist und sehr wünschenswert ist. Und damit gibt es auch eine Angleichung beispielsweise an Deutschland, wo die Bezeichnung Hochschule für angewandte Wissenschaften schon seit 20 Jahren verwendet wird und heute fast ausschließlich verwendet wird. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass mit Hochschule für angewandte Wissenschaften dieser USP und die Kompetenzen, die unsere Absolventinnen und Absolventen haben, nämlich praxisorientiert, anwendungsorientiert, im Forschungsbereich eine anwendungsorientierte Forschung verfolgt zu haben, noch klarer zum Ausdruck kommt und daher Missverständnisse vermieden bzw. Klarheit geschaffen wird, auch über den Grenzen Österreichs hinaus. Ich finde es auch spannend, dass wir uns ja eigentlich auch nicht zum ersten Mal umbenennen. Also in den letzten Jahren, man entwickelt sich natürlich weiter und eben Österreichs Fachhochschulen bestehen seit 30 Jahren. Ich glaube, da ist es einfach naheliegend, dass man sich verändert und weiterentwickelt. Und auch die FH Burgenland besteht ja jetzt schon seit drei Jahrzehnten. Wie haben wir uns in dieser Zeit positioniert? Man kann sogar sagen, wir bestehen nicht nur seit drei Jahrzehnten, sondern wir waren die Ersten, die in diesem Sektor tätig geworden sind, was ja die Studienkennzahl des Bachelorstudiengangs Internationale Wirtschaftsbeziehungen belegt. Der hat nämlich die österreichweite Kennzahl 0001 und das heißt, wir waren da wirklich Pioniere. Die Fachhochschule Burgenland hat sich tatsächlich mehrfach schon selber weiterentwickelt. Einmal in der Namensgebung auch von Fachhochschulstudiengängen Burgenland zur Fachhochschule Burgenland und natürlich auch organisatorisch war die Organisation zunächst ein gemeinnütziger Verein. Wurde sie 2002, durfte damals auch Gründungsgeschäftsführer sein, in eine gemeinnützige Gesellschaft umgewandelt und wird jetzt neuerdings oder neuerlich den Markenauftritt und die Bezeichnung ändern. Aber wie gesagt, wirklich fix wird das erst im Herbst 2024 sein. Okay, aber es ist schon mal beruhigend, dass sich die Leute auch an FH Burgenland und alles, was davor war, gewöhnt haben. Wie schaut es jetzt auch, was die Studierendenzahlen, Forschung Burgenland und so weiter betrifft, wie haben wir uns da positioniert als FH Burgenland in den letzten Jahren? Die Organisation, die Hochschule, hat sich enorm quantitativ einmal erweitert. Wie gesagt, hat es begonnen vor 30 Jahren mit zwei Studiengängen und 130, 135 Studierenden. So haben wir heute 60 Studienprogramme, 30 Studiengänge, nochmal 30 Hochschullehrgänge und über 9.000 Studierende. Also man sieht, das ist eine enorme Dynamik, die da dahinter steht. Ich selber erinnere mich daran, als ich 2012 an die Fachhochschule gekommen bin, waren etwa 100 Menschen hauptberuflich beschäftigt an der Hochschule. Heute sind es 350. Fast 1.000 Menschen erzielen ein Einkommen mit und über die Fachhochschule. Also das zeigt diese enorme Entwicklung. Und das ist gut so, weil es geht ja nicht nur um ein Wachstum, sondern dahinter steht, es gibt mehr Bildung als jemals zuvor, vor Ort auch in dieser Region und mehr Chancen für junge Leute, die sie vorher eben nicht hatten. Das ist das, worauf wir schon ein wenig stolz sein können. Auf jeden Fall. Du hast eh auch schon die wachsenden Möglichkeiten erwähnt. Also wir ruhen uns auf den 30 erfolgreichen Jahren nicht aus, sondern wir bauen auch unser Studienangebot stetig aus. In den Departments wird ja da regelmäßig auch evaluiert, wo gibt es Lücken im Bildungssystem und wo kann man vielleicht Lösungen für die Herausforderungen von morgen entwickeln. Kannst du da vielleicht ein bisschen einen Ausblick geben oder vielleicht auch deine Einschätzung, welche Zukunftsthemen sind für die jungen Menschen einfach neben Klimawandel und Co. relevant? Also ich möchte den Schwerpunkt legen auf neue Entwicklungen und gar nicht Lücken zu schließen, sondern es steht viel, viel mehr, was wird die Wirtschaftswelt, die Arbeitswelt, die Gesellschaft denn morgen brauchen? In welchen Bereichen muss Kompetenz, muss Fachexpertise entwickelt werden, Fachkräfte entwickelt werden? Und da sind wir glücklicherweise, muss ich auch sagen, grundsätzlich in den wesentlichen Bereichen heute schon engagiert. Also wenn wir über den Klimawandel, über Nachhaltigkeit reden, dann macht das die FH Burgenland schon seit 15, 20 Jahren. Wenn wir über die Herausforderungen im Gesundheitssystem reden, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf die Gesellschaft zukommen, dann sind wir schon sehr gut positioniert. Oder wenn wir drittens über KI, neue Entwicklungen in der Informatik, Artificial Intelligence und so weiter reden, dann sind wir dort schon engagiert. Und deswegen ist es auch eine sehr spannende Geschichte, uns dort weiterzuentwickeln, wo wir uns schon auskennen. Und ja, da wollen wir noch zusätzliche Studienangebote in den nächsten Jahren entwickeln und den jungen Leuten auch anbieten. Okay, das heißt, welche Studiengänge kommen dazu? Und also, okay, wir wissen jetzt, in den nächsten Jahren kommen, eben wird das Angebot erweitert. Wie lange dauert das bis wirklich von der Idee bis zur Bewerbung, die abgeschickt werden kann? Wie lange dauert die Umsetzung von so einem Studiengang überhaupt? Also grundsätzlich kann man sagen, so an die zwei Jahre muss man schon rechnen. Tatsächlich sind wir deutlich schneller und schaffen es auch gute und immer extern auch begutachtete Studienprogramme zu entwickeln. Und um da auch sehr konkrete Antworten zu geben, heuer 2024 im September mit dem Wintersemester 24-25 werden zwei weitere Studiengänge starten, Logopädie und Ergotherapie, beide am Campus im Pinkerfeld. Wir arbeiten jetzt schon an der Entwicklung eines Bachelorstudiengangs Radiologie, Technologie und Biomedizinische Analytik für 2025 und ebenso für 2025 an einem Bachelor Wirtschaftsinformatik. Das sind nur für heuer und nächstes Jahr die Programme, aber wir haben natürlich klare Vorstellungen für 26, 27, 28 im Kopf. Okay, das heißt, in den nächsten fünf Jahren kommt da einiges auf uns zu. Spannende Dinge auf jeden Fall. Aber wenn wir schon in die Zukunft blicken, möchte ich natürlich auch über einen Campus in Pinkerfeld sprechen. Da hat der Bau des neuen energieautarken Green Campus ja bereits begonnen. Auf den warten wir alle schon sehnlichst. Was dürfen sich künftige Studierende da erwarten und was macht ihn so besonders? Zunächst macht ihn besonders ganz grundsätzlich, es wird wesentlich bessere, modernere Räumlichkeiten, Gebäude geben. Also die Bibliothek wird ein Quantensprung sein im Vergleich zu dem, was wir heute anbieten können. Es wird eine moderne, eine tolle Mensa geben. Der gesamte Campus wird einen sehr, sehr hohen Wohlfühlcharakter haben. Also das allein ist schon sehr wesentlich. Und natürlich, wer heute eine Hochschule baut, der muss sie nach den ökologisch besten Standards errichten und so nachhaltig bauen, dass das auf viele Jahre auch gut, wie soll ich sagen, und nachhaltig auch umgesetzt werden kann. Ich glaube, wir streben da ja sogar so eine Klimaaktiv-Gold-Zertifizierung an, habe ich mir sagen lassen, um einfach noch einmal unsere Nachhaltigkeitsbemühungen da wirklich fest zu verankern. Kann man eigentlich schon einen Zeitpunkt nennen, wann der Bau abgeschlossen ist oder eine Tendenz? Ja, und vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ui, schauen wir mal. Aber heutzutage sind auch die Verbindlichkeiten im Bau schon sehr, sehr gut. Und wir gehen davon aus, dass wir im Frühjahr 2026 mit den Besiedelungen der unterschiedlichen Elemente in diesem Campus beginnen werden und jedenfalls mit September 2026 der gesamte Studienbetrieb, Lehrbetrieb, Forschungsbetrieb in den neuen Räumlichkeiten schon stattfinden wird können. Das ist tatsächlich schon bald. Sehr cool. Zum Abschluss unserer News-Podcast-Folge möchte ich dich auch noch um deine Einschätzung als Vizepräsident der österreichischen Fachhochschulkonferenz bitten. Was erwartet Österreichs Fachhochschulen jetzt abseits vom neuen Fachhochschulgesetz? Kannst du da vielleicht einen Blick in die Zukunft werfen? Und welche politischen Forderungen stellen wir oder der Fachhochschulsektor an die Regierung? Bevor ich zu den Forderungen komme, muss man wahrscheinlich auch sagen, es gibt niemanden, weder eine politische Kraft, noch die Wirtschaft, noch die Arbeitnehmervertretung, egal welche relevante gesellschaftliche Gruppe, die nicht sagen würde, Fachhochschulen, das ist eine gute Ausbildung, die brauchen wir, die sollen sich weiterentwickeln. Diese Form des Studiums hat Zukunft. Das ist einmal die große Stärke des gesamten Sektors, dass er unbestritten ist und ein sehr positives Image hat. Und was die nächsten Jahre betrifft, gut, da sagt der Geschäftsführer, wir müssen es einfach schaffen von diesem, wie soll ich sagen, von diesem Rat, die Kosten steigen, die Studienplatzförderung nicht, die Fachhochschulen müssen darauf aufmerksam machen, die Politik ziert sich, aber dann letztendlich wird dann doch irgendwie, werden die Kosten abgedeckt. Wir müssen zu einem Erwachsenenbereich und Prozess kommen, wo die Teuerung den Hochschulen abgegolten wird, damit sie sich nachhaltig und langfristig orientieren und planen können. Das ist also die wichtigste Förderung, dass die Studienplatzförderung das abdeckt, was an Kosten entsteht. Das zweite ist natürlich, war am Beginn der Fachhochschulen der Forschungsbereich nicht das wichtigste Thema. So ist er heute ein ganz wesentlicher Faktor. Über 1500 Menschen an den Fachhochschulen sind direkt in der angewandten Forschung beschäftigt, aber es gibt da keine Grundabsicherung für diesen Bereich. Den brauchen wir, damit die Forschung sich gut weiterentwickeln kann. Und das sind nur zwei Bereiche, die ich erwähnen würde. Ja, ich meine auch bei uns an der FH Burgenland mit unserer Forschung Burgenland. Magst du da vielleicht auch kurz was dazu erzählen? Weil ich glaube, vielleicht wissen viele auch gar nicht, dass wir da eigentlich so fortschrittlich sind. Ja, das ist ein starker Arm. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, das, was ganz grundsätzlich im Fachhochschulbereich im Vordergrund steht, nämlich forschungsgeleitete Lehre gut zu leben und bestmöglich zu leben, dass wir das mit großer Kraft versuchen. Und daher ist es für uns auch wichtig, dass wir mit der Forschung Burgenland an über 100 Forschungsprojekten arbeiten, deren Ergebnisse dann aber wieder unmittelbar in eine aktuelle, in eine Lehre einfließen, die die jüngsten Ergebnisse im Forschungsbereich mit berücksichtigt. Das ist die Stärke und deswegen ist auch der Forschungsbereich so wichtig, den wir natürlich weiterentwickeln werden. Jetzt mit unseren Forschungszentren, dem Informatikum, dem Energetikum, dem Lowergetikum, haben wir ja drei Stärken, die wir gut nutzen können. Wir haben jetzt viel über Zahlen gesprochen. Da vielleicht auch noch erwähnenswert ist, dass ja bei uns an der FH Burgenland keine Studiengebühren anfallen für unsere Studierenden. Vielleicht magst du darauf noch eingehen. Ja, ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Sache, bildungspolitisch ganz allgemein. Eine Bildung muss so gestaltet sein, dass sie nicht von der Brieftasche der Eltern abhängig ist, sondern vom Talent, vom Willen, von der Zielstrebigkeit. Und daher super, dass wir seit Beginn keine Studienbeiträge in den Studiengängen haben. Und das ist natürlich nur möglich, weil das Land Burgenland hier finanziell unter die Arme greift und diese fehlenden Einnahmen seitens des Landes ersetzt. Das ist natürlich eine große Leistung seit vielen Jahren. Ja, also da kann ich auch aus Studierendensicht sagen, das ist auf jeden Fall, also man freut sich einfach drüber, dass das an dem einfach auch nicht scheitert im Endeffekt. Wir haben heute mit Georg Pehm darüber gesprochen, wie es um die Zukunft in Österreich steht für die Fachhochschulen, aber auch welche spannenden Entwicklungen uns hier an der FH Burgenland in den kommenden Jahren erwarten. Ich bin jedenfalls schon gespannt, was die Zukunft bringt und kann jedenfalls versichern, Georg, deine Begeisterung für die MitarbeiterInnen, für die Studierenden und für die Lehrenden ist ansteckend. Darum danke an dich allen voran für das aufschlussreiche Gespräch heute. Vielen Dank.